Das ist sehr peinlich gerade. Ich weiß nicht, warum meine Kopfhörer leben mir nagen. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht alles zu leise, was ich geredet habe. Bombenzwerge! Das ist gerade sehr peinlich. Ich verstehe nicht, warum die Kopfhörer neben mir lagen. Das Stahlsiebgehörn hat wieder zugeschlagen. Alter, das ist jetzt so peinlich. Wir haben doch eine neue Tasche. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Inventarplatz. Ein bisschen mehr. Ein bisschen. Nein, da war ein Versurde! Scheiße. Jetzt kloppen wir auch noch Valkyrenen. Diese Typen sind zum Glück überhaupt kein Problem. Ja, wie gesagt, man müsste wirklich mit S alles abschließen. Da bekommt man massig Geld und massig viel Zeugs. Ihr gebt mir doch mal Zeugs. Ihr gebt mir doch mal Zeugs. So, wir haben eine Karte. Ja, wir haben gerade auch hin. Ein F. Ein F. So, das ist jetzt noch eine Rübe-Lehre. Der Krotte! Hey, komm zurück! Ich bin immer noch total perplex darum, dass die verdammten Kopfhörer neben meinem Kopf lagen, ey. Und jetzt frage ich mich wirklich, seit wann das so ist. Seit wann hat man mich nicht ordentlich verstanden. Das wissen wir schon alles, alter Mann. Hier ist doch noch irgendwo ein Händler. Das ist aber nicht besonders viel. Da fällt mir was ein. Ich habe, glaube ich, den heiligen Kristall nicht aufgehoben, der die Königin abgeworfen hat in dem verdammten Level. Ja, ich habe ihn nicht aufgehoben. Scheiß! Entweder ganz schwer oder der Endgegner. Ganz schwer oder der Endgegner. Ich würde mal sagen, wir machen mal zuerst den Endgegner. Obwohl, ne, ne, ne. Wir stärken uns ein bisschen hier. Wir machen dann den Endgegner. Wir müssten noch Level 12 von den F. 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 So, vielleicht ist mir mal eine Traube. Alter! Scheiße! Die Scheiß-Exte habe ich komplett vergessen. Nochmal. Wir pflanzen einen Traubenkern. Und, äh, noch einen Traubenkern. So viele Fossonen müssen wir erreichen. F. 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 Alter, was haben die für Schaden an dem kleinen Kerl? Oder sind das Instant-Killer, die die einsetzen? Ich glaube, ich habe mich hier gerade in eine ziemlich blöde Lage versetzt. Alter, ja, die machen viel Schaden. So. Da kommen wieder die schlechten Erinnerungen rauf. Einen Traube reicht erstmal. Die sind hart. Mist! Ich hasse die. 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 Das war schon mal Glenduin damals so schlimm. Auf einmal ist man tot von denen. Auf einmal. Mit der eine Fernwaffe, ey. Alter. Ich sehe es jetzt erst. Die ziehen mit einem Schlag über die Hälfte ab. Das ist nicht normal. Scheiße. So. Einer weg. Traumkern setzen wir ein. Mango. Lecker. So. Einer ist weg. Mango. Lecker. Noch einer ist weg. Mango. Platz. Einer weg. So. Jetzt versuchen wir mal die. Jetzt haben wir mal die Blöden. Gabos. Jetzt kommt wieder die. Die scheiß Zwerge rennen wir hinterher. Habe ich noch irgendwas zu essen hier? Ah, ein Kräuter. Nein, Frank! Irgendwas... Oh Gott... Scheiße... Ha, 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 heiltrank, 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 heiltrank... Heiltrank! Alter, Remma-Tacke... Oh ne, da, schweb, bist du nichts. Oh, Alter. Reicht das mal langsam? Ach, du Deppeney.